hallo meine freunde willkommen zurück bei malta mission 49 die mutter aller schlachten vorletzte mission die hoffe ich mal nicht so lange dauern aber die letzte mission die kann schon zu einer stunde hinter und das kann schon gut sein aber jetzt erstmal hier ja schwein schwein das sind die vorhut von den beiden dann die drei richards wir haben den kalif und den sultan 40.000 40.000 40.000 haben alle mehr 3000 und ja gehen wir direkt mal rein ins geschehen es ist ein dev mit spiel und das ist eine schöne map mir gefällt diese map ja gut fehler gebaut egal fehler werden kaschiert oder keine ahnung sachen gemacht mit 34 die gegner benutzen kein feuer deswegen scheiße ich da drauf eure beliebtheit sinkt naja du mit deiner beliebtheit immer du mit deiner beliebtheit immer wir hauen einfach die 30 3000 gold einfach in holz einfach ein neues obwohl es vermutlich nicht so schlau weil die angriffe kommen relativ schnell das ist halt das große problem an der mission da ist die angriffe relativ schnell kommen werden deswegen bombe direkt schon mal warum man das dann hier so bombe ist auch so kann man schon kein stein mehr kauf ich schon mal zehn stein einfach nur um schon mal das tost zu haben das war das scheiße noch mal fünf kaufen ich will doch zum tor aus das bauen wir dahin kann ich hier nicht was da vorbauen das verkaufen wir dann kommt hier die produktion für stein na hätte ich gern mehr gehabt aber egal es sind nicht genügend arbeiter vorhanden ihr könnt das nicht dort zu verweilen my lord es sind nicht genügend arbeiter vorhanden um das gebäude zu verwalten wir müssten da wohl dahin ihr könnt das nicht dort platzieren my lord ach ich kann das überall platzieren man muss da nur dran glaubtigen holz einfach nur dran glauben dann geht alles vermutlich dann doch nicht schlecht einfach voll auf den ganz jetzt schon mal zu gehen weil was schon so schon groß passieren da haben wir auch noch eine weizenform hin dass wir noch was hier drinnen haben im land eine noch hier draußen das verkaufen wir mal von kammer so balliste balliste baumeistergilde müssen wir kaufen holz wieder es werden rekruten benötigt sei jetzt habe ich eisen gekauft ich voll idiot hier einfach mal hier einfach mal den burggraben wollte ich ja schon längst angelegt haben stimmt ja verdammte scheiße hier direkt immer raus hier stimmt ja stimmt ja stimmt ja scheiße 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 ich hoffe dass ich steigt das war jetzt nicht unser aus dürfte aber eigentlich nicht sein dürfte aber eigentlich nicht sein dann wir müssen erst mal mehr rekruten auf jeden fall dann in außen posten das ist besser es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei es werden rekruten benötigt sei so 2 jetzt umgehend holz kaufen bisschen gold brauchen halt einfach um jetzt einfach die waffenproduktion noch anzukurbeln in diesem gebäude gibt es keine arbeit sei in diesem gebäude gibt es keine arbeit sei ja gut ist sultan und ich hoffe sultan und kalif kriegen einfach die ersten angriffe ab ich hoffe es einfach mal mehr als hoffen bleibt mir auch nicht übrig wir benötigen holz kommt schon mal mein stein ans perfekt wieso kommt der angriffs sound ich werde doch hoffentlich nicht angegriffen oder scheiße da kommt das schwein ich habe nichts um dagegen zu kämpfen wir werden überfahrend und wir benötigen mehr holz dein ernst jetzt oder was es werden rekruten benötigt sein es werden rekruten er zu st Erười rekruten benötigt sein es werden rekruten benötigt sein sollte dann ist eine nachricht von richard löwenherz die wüste ist ein grausamer schauplatz für einen kampf seid ihr sicher ihr habt den mut dazu bin ich nicht aber was bleibt mir noch übrig ich denke mal eher nichts sein ernst ist oder was ihr habt nicht genug gold ich muss jetzt unbedingt nicht nervt auf ihn anders nervt auf ihn anders konstruieren belagerungs geräte konstruieren belagerungs geräte wir geben unser bestes wie können wir Garantiert nicht man, garantiert nicht Digga, ich hab grad ganz andere Probleme Ich hab grad ganz andere Probleme Gerade ganz andere Probleme, du Es werden Waffen benötigt, Sire Ihr habt nicht genügend Gold Zur Stelle Der Bergfried ist komplett Schild bereit, eure Lordschaft Ihr seid schild bereit, eure Lordschaft Ach, sind wir sogar schon zu oft Es werden Waffen benötigt sein Schild bereit, eure Lordschaft Ladet nach Schild bereit, eure Lordschaft Im Laufschritt Schild bereit, eure Lordschaft Wir geben unser bestes Schild bereit, eure Lordschaft Dankeschön Richard, dass du deine Leute selber tötest Das finde ich echt super von dir Ihr könnt das nicht dort In diesem Gebäude gibt es keine Bauer befindet sich auf dem Weg So Ein bisschen mehr Produktion jetzt hier Scheiße Na scheiße Tu mir das doch jetzt nicht an Ein Nachricht von Richard Löwenherz Mutig Ihr kämpft wie ein Mann Ja, kannst du mir jetzt mal in Ruhe lassen, Richard Dankeschön Ich mache euch doch hier noch ein Tor rein Wenn es sein muss Wir benötigen mehr Holz Hier doofen Holzfäller Ihr könnt das nicht dort platzieren So, wir mal runter Wir bauen ja noch Einfach mal, der Kalif hat nicht dieselben Probleme wie wir Im Sultan ist es mir relativ egal, ob der den Scheiß hier überlebt oder nicht Der Kalif ist halt ein starker Verbündeter Aber beim Sultan ist es halt entweder so oder ist es halt nicht so Ab hier bitte jetzt einmal Dankeschön Ausläufer bohr ich dann später wahrscheinlich noch ein paar Aber ich will jetzt erstmal befestigt sein einfach Das ist mir jetzt am wichtigsten Befestigt sein und eine Produktion haben Wir benötigen Holz Definitiv zu viel Getreide Wir werden überfallen Von wo denn jetzt schon wieder Da die paar da unten Das sieht doch schon mal gut aus Gehen wir jetzt nicht auf die Eier Ja Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Oh ja da wäre ich ja noch keine Übersage mehr Sehr klar Auf geht's schildern Eine Nachricht von Richard Löwenherz Krieg ist ein gefährliches Spiel Mein Lord Wie ihr seht Was hast du denn zerstört Digga Ja Was hast du denn zerstört Was hast du Hä Was hat er denn zerstört Der muss doch irgendwas zerstört haben Gut wenn's so weiter geht Der tu mir bald Los Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister Schild bereit Eure Lord Wir geben unser Bestes So Kann man den dann Hoffentlich bald reparieren Waffen geschultert Müssen wir einfach so lange befestigen Bis man nicht mehr befestigen kann Irgendwann Ach Wo kein Platz ist Mach mal Platz Rest in Peace Meine Lieben Rest in Peace Und los Kann man langsam noch schneller werden Was haben wir denn Gold Fließt Oh 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 So Dann schreckt uns Geld Stirbt er bald Ja Das steht bald Eigentlich ungern Dass er bald stirbt Schild bereit Eure Lord Schild wird neu positioniert Schild bereit Eure Lord So So Unser Werkzeug Lagerungsgeräte Bermatt Mach du Arihano Mach du der Ehmann Das ist bloß meine Sklave Eure Verwinde Waffen Waffen Geschultert Komm Maske Na super Mach's kaputt Schild bereit Eure Lord Schild bereit Eure Lord Schild Einfach nur überleben Einfach nur überleben Aus der Rhein-Sultan Hätts mir ruhig noch mal ein bisschen mehr schicken können Ähm Sklaven Sein Ernst Oder was Zur Stelle Und Marsch So So Jetzt sollte hier eigentlich nichts mehr passieren Es werden Waffen benötigt sein Es werden Waffen benötigt sein Achtung Vorwärts Und Los Weil ich mein Ja Was wollen die noch kurz machen Mal eben kurz Burkram von der anderen Seite ausheben Vollchecken Okay Okay Die Richards Die verbrauchen kein Geld Und alle Schweine leider auch nicht Das ist Kacke Egal Kubisch weiße Der schwarze Richter Trotzdem hat seine Befestigung noch nicht Na doch hat er schon Ich war nur blind Ja gut Die Richards haben alle drei eine Kackburg Und Schweine sind halt Schweine Eine Nachricht von Richard Löwenherz Meine Männer sind ebenso tatendurstig wie ich Macht euch bereit zum Kampf Und ihr Sklaven Könnt ihr jetzt hier mal ausheben Keine Ahnung Noch mehr Probleme könnt ihr jetzt auch nicht machen Ihr könnt das nicht dort platzieren Mein Lord Gold Fließt in die Schatzkammer Unsere Lebensmittelvorräte schwingen dahin Euer Gnaden Der Ton ist schon kaputt Na super So Machen wir ein bisschen weniger Tempo Es werden Waffen gemütlich sein Los Ein erträglicher Ausfallus Jetzt werde ich auf jeden Fall Das ich den Ton wieder hier entstellen werde Achtung Eine Nachricht von Richard Löwenherz Noch ehe dieser Tag zu Ende ist Na ich sag mal so Wenn meine Balliste Sich mal anstrengen würde Oder nicht Ne Ich brauch aber hier weiter Vorne auf Jawohl Der Ton ist halt Vorne Alter Werd halt mal auf damit Ganz im Ernst Hier Beschäftigt euch damit Kein Plan Bereits Olde Lord Schaft Wir geben unser Beste Zur Stelle Achtung Irgendwann reicht's dann auch mal Weißt du Ganz im Ernst Grabt halt mal weiter Bitte Ich einfach dann graben Und dann schon aufhören Direkt wieder Gold fließt in die Schatzkammer Achtung Es ist kein Platz In der Waffenkammer Achtung Eieieieiei Eine Nachricht von Richard Löwenherz Krieg ist ein gefährliches Spiel Was zerstörst du mir denn immer Ich weiß es halt nicht Was du mir zerstört hast Eine Schenkel oder was Weißt nur dass du Echt nervst langsam Dass die Balliste In den Scheißdreck tut Das Wohnen kann ich denn im Turm hier bauen Dann seh ich jetzt natürlich nicht Waffen geschultert Mach halt endlich mal was damit Dagegen Meine Güte Oh die Mordi haben wir viel mehr Eine Nachricht von Richard Löwenherz Mutig Ihr kämpft wie ein Mappen So haben wir es dann endlich mal Eine gefühlte halbe Stunde später Ihr könnt das nicht dort platzieren Mein Lord Wir werden überfallen Zur Stelle Na egal Den Weg hier hin Schaust man schon Eine Nachricht von Richard Löwenherz Mutig Ihr kämpft wie ein Mann Wir seien siegter unter dem Schaust Sechstgrüste Herrscher Sechstgrüste Okay Eine Träger Ich habe mich auf Eine Nachricht von Schwein Ich mache Hackfleisch aus So Das heißt Es werden Waffen Belagerungsgeräte Bemannt Und ab geht's Würde ich mal sagen So muss das Und nicht anders Album ist Natürlich noch Naja Machen wir erstmal genau Alter seid ihr so dumm Oder tut ihr denn auch Ich hasse diesen Bug Aber ich hasse ihn halt wirklich Er ist so nervig So jetzt können wir Hofdrehen Das sag ich jetzt einfach mal so Wir geben unser Bestes Zur Stelle Achtung Doch der kommt hin Und los Sire Kann man hier nicht auf Nachricht vom Schwein Schlaf Okay der Feind ist Ja Der noch so gut Ja Komm So Jürgen Ch보다 ặt Schicksal Wo Ich bin Röder Ich bin lau Ich bin testim Bo meine männer sind ebenso tatendurstig wie ich macht euch bereit zum kampf eine nachricht vom schwein langsam aber sicher das ist ja egal wo die jetzt erstmal hier rumfeuern eine nachricht vom schwein und los ein erträglicher unverlust ja müssen wir halt zusammen erst mal uh das war knapp ein erträglicher unverlust bereits eure lordschaft noch bevor erster der schild wird neu positioniert so dauerreparatur zur stelle ein erträglicher unverlust und los seier waffen geschultert schild bereit eure lordschaft zur stelle eine erträglicher unverlust diese schweine söhne habe mich unverlust und los seier vorwärts waffen geschultert bereits eure lordschaft zur stelle wir dann mal bitte achtung schild wird neu positioniert belagerungsgeräte bemannt eine nachricht von kalim diese schweine söhne habe mich umzingelt schickt mir eure schlägsten männer zur stelle ja diese schweine söhne genau das sind sie schweine söhne und los im laufschild schild bereit eure lordschaft sooo ah der tun lieb nicht mehr scheiße und marsch dann kommt ja erstmal gar nicht drauf mir ist auch egal das ist mir jetzt auch egal das ist mir jetzt auch egal was jetzt hat meine armee schon die maximale größe alles klar das vorrassen ist voll wer soll ich denn so jemals arbeiten können wirst du denn eisen ja nimm doch eure güter sind eingetroffen der hat halt keine kohle mehr der kalif eure verbündeten ich kann mit der kohle gerade eh nix anfangen ey das ist sein ernst oder was du musst du nehmen ein erträglicher auferlust ja jetzt bleibt nichts anderes such mich als dem kalif zu helfen weil im moment ich kann nicht mehr machen von mir kommt ja jetzt erstmal nicht mehr wir müssen jetzt schauen dass wir irgendwie mit den berittenen hier ein bisschen druck auf das schwein ausüben aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht wie ich jetzt hier was groß ändern könnte wie gesagt ich kann mit dem gold jetzt noch nicht so viel anfangen die anderen eine Nachricht von Richard Löwenherz die Wüste ist ein grausamer Schauplatz für einen Kandel seid ihr sicher ihr habt den Mut dazu ja hab ich bin ich was auch immer eine Nachricht von Richard Löwenherz meine Männer sind ebenso tatendurstig wie ich macht euch bereit zum Kampf ja so ja erstmal safe jetzt wieder eine Nachricht vom Kalifen ich bin nettige Güter schickte mir folgende der Kornspeicher ist voll der Kornspeicher ist voll ein Nachricht von Richard Löwenherz mutig ihr kämpft wie ein Mann weiß was das ich bin ich bin auch schon da ich bin auch schon da Das Feuerarmee hat fast die Eine Nachricht vom Schwein Schlag die Trommel Blast als Horn Das Schwein ist ein Bro hier mehr Kohle Direkt von vorne Noch mal 5.000 Das ist ein der Größte Herrscher Einer Da ist noch unter mir Beide Schweine mittlerweile Die wirtschaften sich dann doch zum Glück schon tot Das passt schon einigermaßen Eine Nachricht vom Schwein Das Schwein Wittert Gefahr Händenhaft So Eine Nachricht vom Schwein Meine Männer werden Eure Knochen zermalmen Schon wieder oder was Eure Eine Nachricht von Richard Löwenherz Mutig Ihr kämpft wie ein Mann Eure Verbündeten Eine Nachricht vom Kalifen Ich bin nötige Güter Schickt mir folgende Eure Verbündeten Der Feind rammt unser Torhaus ein Was So Ja mach mal Da kannst du gerne Eure Armee hat fast die maximale Größe erreicht Eure Verbündeten Eine trägliche Aufwand Deswegen 6 Buchschützen verloren wird dann werden Schützt eure Leisten Schärft eurem Stahl Bald werdet ihr auf die Probe gestellt So Das war jetzt Der Kalif kompletten Geist aufgibt Supporten wir ihn hier jetzt nochmal Der Angriff fertig ist auch nochmal Echt fertig zu gesetzt Geist Schickt mir folgende Not Sooo... Sooo... Zum Glück haben wir immer hinterher... ...kaufen... Aber ja doch, die Mission die dauert dann doch schon etwas länger... Hätte ich nicht gedacht, aber ok ist auch die Verletzung... Keine Ahnung... Bis zum Glück, was guckst du ist, dass du nicht wegfühst, richtig... Wundervolle ein Vergrächt... Einverwerb bläst... Also gibt es die Vorur. chewing die Men auf eine Wundersprache. Das ist natürlich Detilament feelingig. Das ist ein踵merkmal. Der Wundersprache ist sicher. Und das ist ein ganzes Wundersprache. Ich weiß das, ich gut nicht mehr. Der Wundersprache ist nicht sicher. Ich will nicht mehr die Wundersprache wissen. Ich weiß das nicht, dass ich besserQuache entdeckte... mach ich doch irgendwas kaputt gekommen ihr habt den mut dazu wir haben alles wir geben unser bestes wir können mal da weiterhin ausheben vorwärts die noch da oben mit denen hier noch mal klären alles pack mich auch mit brauchst du denn alles sag mal so 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 eine nachricht vom kalis ich bin nötige güter schiebte mir vor jetzt aber noch mal ruhig ne kannst nicht immer noch güter haben hat er sich den armen ausschätzen der kraft produziert ich hoffe sie schaffen es nein nein er hat den türm zerstört waffen geschultert bereits eure lordschaft euer gnaden was soll konstruiert ihr lagerungsgeräte eure lordschaft wir haben da keine schilde mehr euer gnaden unser werkzeug ist bereit konstruieren belagerungsgeräte konstruieren belagerungsgeräte da könnte könnte ein fehler drunter liegen schild bereit eure lordschaft zur stelle die tür hat ja schon nichts mehr zum ballern gehabt muss man ihm immer was zum ballern geben weil sonst langweilt er sich eure verbündeten so hier kriegs noch mal ein paar tausend bei mir liegen sie eh nur rum ein erträglicher auferlust und dann sollte es auch einer voran gehen es werden es werden maximale grüße erreicht viel zu viel mehr ungefähr es werden rekruten benötigt sein es werden rekruten benötigt sein na mal die zeit die wieder zu unterstützen sonst ist gleich schon wieder polen offen bei ihm wir wollen ja nicht dass gleich wieder polen offen ist wir wollen ja nicht dass gleich wieder polen offen ist das ist nur ein kleines problem das ist nur ein kleines problem ich kann grad nicht du kannst grad auch nicht also eigentlich kannst du grad nicht weil du hast hier grad probleme solltest dein pech anziehen ganz genau das schwein ist jetzt ganz am ende danach gehen wir aufs andere schwein würde ich sagen noch ehe dieser tag zu ende ist wird ein badgericht naja wir machen die richards danach weil die nerven die nerven das war's gleich dann schon wieder schwein ach schwein ist tot nice hängt dem schwein das leben so 6 5 eine nachricht das können wir erstmal wieder ordentlich mit der truppen bauen wenn ihr ein wenig kämpfen könnt werdet denn wir mit das stärker kämpfen wir haben greift doch mal stärker meine armbrust schützen wir eine nachricht von richard löwenherz meine männer sind ebenso tatendurstig wie ich macht euch bereit ja dann charge zeig mir was du kannst digger zeig was du kannst digger zeig es mir haben wir sogar schon richard überholt jetzt oder was ja richard was denn los mit dir habe ich nicht eine nachricht von khalifen ich bin nötige güter schickte mir folgende hier kriegt das eure verbündeten muss reichen erstmal kalifen eure armee hat fast die maxima zum ruckum so 125 muss reichen ja das war aber der schlechtste blut von allen meine männer sind stark und meine männer gut genug ist das war das war das war und jetzt oben rein ballert irgendwas oder was passt mutig ihr kämpft wie ein natürlich wie auch sonst eine nachricht vom kalifen die leute starten hat fast die maximale grüße erreicht 40.000 vom sultan hätten wir eigentlich gut brauchen können er sagt nein ihr werdet mich nicht befähigen und dann greift der schwein an weißt du gut dann greift halt der schwein an bloß war ja am schwächsten ist oder was das ist ja super dass der markplatz da ist ein könig der sich in der burg versteckt spricht wahrlich für sich verstecken das vorratslager ist voll ach kein drauf zu lügen muss weiter tausend dins rumstehen der tu mirs gut weil der tut mein recht halt echt gut abhalten Leider noch nicht so abgeschwächt, wie ich sie gerne abgeschwächt hätte. So. Alles Gutes, ja, 24.000 Gold, dann nehmen wir was mit. Wenn du wen angriffst, dann bitte schwarz. Wir euren Diener befehligen. Ja gut, dann halt nicht, ne? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. Wir geben unser Bestes. Warum haben wir denn da mal hin? Nur, da ihr ein wenig kämpfen könnt, werdet ihr etwas stärker kämpfen. Ja, dann kämpfen wir mal überhaupt, will ich mal sagen, oder? Ja, ist klar. Vielleicht überhaupt mal jemanden angreifen, wir helfen oder so. Aber das wäre ja zu viel verlangt, ne? Das wäre ja zu viel verlangt. Okay, deswegen kann ich keine Truppen ausbauen. Eine Nachricht vom Kalifen. Nein, ihr werdet mich nicht wie euren Diener befehligen. Hier kriegst du besser was ab. So, komm. Die Mangen sind der Tod, ey. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Meine Welle sind stark und meine Männer guten Mutes. Zeigt uns eure Schleudern und Pfeilen. Und in unserer Linie haben wir gar nicht mehr geplant. Das ist ja nicht mehr. Das war das Sagen. Ich wollte schon wieder den nächsten Angriff am Anfang, ne? Das ist ja nicht mehr. Das ist ja nicht mehr. Das war das Sagen. 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 Wie viele Bugenschützen da draußen, gell? Das war das Sagen. achei doch ganz gut. Da 초 die das die das die so viele truppen hat er eigentlich gar nicht mehr machen einfach mal hier sein ausrüstungslager kaputt weil dann kommt da definitiv nix mehr 4 5 6 die vier brauchen wir gar nicht Es werden Rekruten benötigt sein. Aber egal. Eine mutige Leistung. Es werden Rekruten... Ey, 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 wie viele Truppen der hat, ne? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ey, ich habe noch nicht mal angegriffen. Ich hoffe, die Balliste weiß es, was sie in dem Fall zu tun hat hier. Hört sie. Macht sie immerhin mal etwas, ne? Gold brauchen wir, alles klar. Müssen wir einfach nur mal weniger dem Kalif in den Arsch schieben. Na, ist das doch alles gar kein Problem. Sein Ernst? Äh, ich fange da noch nicht mal an. Es werden Rekruten benötigt sein. Meckert er da immer rum wegen maximaler Größe und so'n Schmarrn. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr seid der zweitgrößte Wollte erinnern. Ich hab's dann selber nicht, dass er nur zweitgrößte bin. Ich hab's dann hier ovat. Ich anhöte. Ich glaube, das war ein Rekruten. Ich hab's dann hier aufgelistet. Länen mit Rekruten. Länen mit Rekruten. Länen mit Rekruten. Länen mit Rekruten. Ein König, der sich in der Wursch versteckt, spricht wahrlich für sich auf. Doch verstecken muss es nicht. Die nehmen wir es dann. Länen mit Rekruten. Länen mit Rekruten. So, wir sind im Ausbildungslager. Cooler hat er sogar auch noch ordentlich. Da geben wir dann wieder ganz die Hälfte von unserem lieben Kalifi. Fast die maximale Gründe. Eine Nachricht von Richard Löwenholtz. Na komm. So wurde ich besiegt. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Eure Verbenholtz. Eine Nachricht von Kalifen. Nun, da ihr ein wenig kämpfen könnt, werdeten wir etwas stärker kämpfen. Er will halt nie angreifen, ne? Eine Nachricht von Kalifen. Eure Güter sind eingetroffen. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Ah, ein Beschäftiger hat das Steil. Ist mir jetzt auch egal. Eine Nachricht von Kalifen. Nein, ihr werdet mich nicht wie euren Diener befehligen. Wir benötigen mehr Gold. So, 14.000 hat der Kalif schon. Eine Nachricht von Richard Löwenholtz. Das war ich jetzt auch erstmal. Noch ehe dieser Tag zu Ende ist, wird ein Banner über eurem Bergfried flattern. Musst du grad angreifen, wenn ich angreifen will, Richard. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Und los! Elani, Hayat, im Rokum. Ein erträglicher Armee hat fast die maximale Größe erreicht. Naja, was soll's, Richard? Wirst du dann schon merken, wenn ich dich jetzt angreife. So, mit 300. Über 300. Ich muss die einfach mal da angreifen. Eine Nachricht von Richard Löwenholtz. Meine Welle sind stark und meine Männer guten Mutes. Zeigt uns eure Schleudern und Zeit. Weiß ich doch nicht. Die Verluste, die man hat, ne? Echt krass eigentlich. Eine Nachricht von Richard Löwenholtz. Ein König, der sich in der Burg versteckt. Verspricht wahrlich für dich. Doch verstecken muss. Musstachin. Eine Nachricht vom Schwein. Nichts Schwein, auf dich gehe ich doch nicht. So. Oh, oh, oh. hier kommt ein paar gebäude einreißen mit einem fehlen kann oder kommt zurück eine nachricht kommt er kann nicht mal gegen der schwein und dann das schwein wartet einfach mal eine nachricht von kaliten einfach noch mal kurz davor warten eine nachricht vom schwein wo soll er denn eigentlich sein wird schwein was so klar dies kommt das ist einfach weg so weil es sich lange nicht schon gedauert hat er sieht es ja bisschen länger denke ich mal von kaliten und 36.000 kathomagic wow 136.000 gold geschäfte das ist schon mal ordentlich was ja können wir eigentlich mal hier gucken ja definitiv 66.000 punkte definitiv eins der top spiele mit dem unter aller schlachten eine stunde eine minute haben wir gespielt ja mein gott ist halt so ne dann sehen wir uns nächste folge hier der letzte sieg bis dahin euer malter machts gut gehts auch noch nie gut und dann